Und nicht mit dir, du hast du hier mit keinen Gefallen getan, at Martina Gerke 9156 vor 20 Stunden Elijah, bitte sei nicht so gelangweilt und vor allem nicht so abwertend, ich finde dein Benehmen sehr unangebracht, at Martina Gerke 9156 vor 20 Stunden, dein Benehmen ist wirklich unangebracht, Teil Combat 9519 vor 21 Stunden, bearbeitet, das mit den Beinen breit machen am Ende war wirklich nivellos und unnötig, at Martina Gerke 9156 vor 20 Stunden Elijah, deine Kommentare sind nur nervig, at Danweller 7169 vor 20 Stunden, deine Kommentare sind eine Katastrophe, damit stehst du im Aus, at Tobis Steffen vor 21 Stunden Elijah ist angepisst, weil er nicht in den Leak involviert worden ist, den Erträgen Läufer 336 vor 20 Stunden, die Pressekonferenz ist sehr wertvoll, aber was du als Influencer und Siebeltes bist unter alle es, wenn du dich gehst, geh nicht ewig und kritisiere die Aufklärer nicht, wir müssen ihnen dankbar sein, ich werde deine Sendungen nicht mehr schauen, da gibt es viele uns wesentlich bessere. Ich habe geschlafen, den Schlaf der Seligen, den Schlaf der Gerechten und werde wachgeklingelt von hysterischen Leuten, die meinen Eli, Eli, Eli hast du gehört, es gibt einen riesengroßen RKI-League, das wird die große Sensation und es sind die üblichen Verdächtigen mit dabei, also Stefan Homburg, aber vor allen Dingen initiiert, weil zugespielt an eben Aya Velazquez, sie nennt sich Journalistin, wenn sie sich gerade als Escort-Girl nebenbei die Beine breit macht, ich habe sie über die letzten Jahre nicht als eine verlässliche Quelle für irgendetwas kennengelernt, mag sie persönlich nicht, auch wenn ich mehrfach versucht habe, Friedensangebote zu unterbreiten, sie ist irrational und emotional und hat sich in der Vergangenheit bei mir und bei fast allen, die in irgendeiner Form mitdenken in der sogenannten Bewegung, fast möchte ich sagen, unbeliebt gemacht, aber heute soll es nicht um Aya Velazquez gehen, es soll darum gehen, was jetzt zugespielt worden sein soll und das sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es ist eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen, eventuell geheime Dokumente gewesen sein aus dem RKI, in dem Sinne, als dass da jetzt irgendein Whistleblower, man weiß nicht wer, die ganzen Protokolle, die ja im Vorfeld schon zur Verfügung standen, aber zuerst ganz stark geschwärzt, dann nur noch halbstark geschwärzt, dass jetzt also alle diese Dokumente angeblich vollkommen ungeschwärzt in aller ihrer Länge eben zur Verfügung stehen. Das soll jetzt also irgendeine Sprengkraft haben, das soll irgendjemanden interessieren, irgendjemanden hinterm Ofen noch hervorlocken und die Leute, die Corona immer noch nicht loslassen können, die unbedingt aufarbeiten wollen, Stefan Homburg alle vorneweg, das ist ja seine neue Daseinsberechtigung, übrigens ein Mann, mit dem ich auch noch auf keinen grünen Zweig gekommen bin, ich glaube, der hat irgendwie seine eigene Agenda, die der fährt, wie dem auch sei er, Aya Velazquez, die Frau, die dem bei Escort macht, und Bastian Barrocker, Klammer auf wer, Fragezeichen, Klammer zu, esoterischer Halbtagsautor bis hin zu, keine Ahnung, habe ich auch noch nie richtig ernst nehmen können, die sitzen jetzt bei einer Pressekonferenz auf Twitter, die wurde jetzt 16.000 Mal angezeigt, was nicht bedeutet, dass 16.000 Leute da live gucken, ich weiß auch nicht, wen es bei mir interessiert und ob ich jetzt nicht schon irgendjemanden verschreckt habe, aber wie dem auch sei, wir gucken da einfach mal rein, weil eine panische Stimme am Telefon mir gesagt hat, Eli, Eli, das musst du dir unbedingt angucken. Gut, also, ihr seid vorgewarnt, ich habe allen gesagt, was ich darüber für den Moment weiß, und den Rest, den muss uns jetzt also Stefan Homburg erzählen, aus der Pressekonferenz heraus von eben ganz schnell improvisiert, Aya Velazquez, Bastian Barrocker oder wer auch immer für diese Travestie verantwortlich ist. So, los geht's. Und die Antwort? Tja, Leute, eigentlich bin ich ja sprachlos, entsetzt sowieso, aber im eigentlichen Sinne sprachlos. Wie soll man so etwas bezeichnen? Das war und wird nachher sein, ein Elia-Tee, wie er leibt und lebt. So, wie er eigentlich immer ist. Nur er lässt es nicht so, so drastisch und andauernd, anhaltend heraus. Was ist er? Ist er narzisstisch? Ist er arrogant? Überheblich? Anmaßend? Gibt es überhaupt irgendetwas, das vor ihm Bestand hat? Ist er nicht immer der Maßgebende, der Größte, der Besserwisser? Tja, ich will mich hier nicht allzu sehr verbreiten, deswegen zitiere ich ihn hier. Ich bin übrigens Volljournalist, alter Schule und dieses Ganze hier ist ein Pressebeitrag, als solcher gedacht und auch gemacht. Ich setze mich mit Herrn Tee auseinander und gebe euch Gelegenheit, euch ein eigenes Bild zu machen. Naja, machen wir weiter. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen schönen Tag, sondern eine exzellente Internetverbindung. wie gesagt, über 10 Gigabyte fröhliches runterladen und durchsuchen. Vielen Dank und auf Wiederschauen. Wir haben es überstanden. Selbst wenn die Hauptstadtjournalisten gekommen wären, wo wären die denn hingegangen mit diesem klitzekleinen Raum? Die kommen immer mit drei Mann für ein Team, mindestens. Das wäre ja gar nicht möglich gewesen. Okay, also Kurzanalyse, liebe Freunde, das war alles komplett für den Arsch. Komplett. Da ist nichts Neues dabei gewesen, auch wenn jetzt hier natürlich einige Sachen, sage ich mal, entschmerzt worden sind. Wir haben uns alle denken können, was genau die dort eben geschmerzt haben. Die wussten, dass wir alle wussten, was sie dort geschmerzt haben und frei nach dem Motto, das ist nicht so, dass sie das alle eben nicht wussten, ja, was sie hier auf diese Art und Weise eben verschleiern, sondern ihr kennt den Spruch, ja, sie lügen, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen und sie lügen weiter. Ja, also jetzt haben wir den Beweis, ja, jetzt haben wir den Beleg, ja, worüber sie gelogen haben und ihr habt ja auch wahrscheinlich die wichtigsten Passagen nichtsdestotrotz jetzt gerade mitbekommen. Ihr könnt euch die ganze Pressekonferenz, wenn ihr wirklich mal so Christenseiten noch einmal angucken. Ich gebe euch den Link dazu in alle Kanäle mit rein. Viel Spaß, fröhliches Runterladen, wie ja gesagt worden ist. Das sind 10 Gigabyte, aber was sind das schon? 10 Gigabyte geht relativ schnell. Die haben eine Webseite gemacht, die auf den ersten Blick visuellen Brechreiz ausruft und nicht wegen der Leute, die da zu sehen sind, sondern irgendwie dieser ganzen Art und Weise, wie das aufgeht. Da würde ich sofort, wenn ich auf dieser Webseite lande, würde ich sagen, oh shit, mein Computer ist kaputt, irgendwie habe ich was falsch gemacht. Ja, und gerade die Jüngeren, ja, die das gar nicht mehr einzuschätzen wissen und einzuordnen wissen, dass früher Windows mal so ausgesehen hat, die werden als Recht denken, dass ihr Laptop kaputt gegangen ist und werden bei Mama anrufen, um sich ein neues Handy bei Amazon zu bestellen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die meisten sowieso per Handy auf diese Webseite draufkommen werden, weil die meisten Leute im Internet inzwischen leider Gottes nur noch auf dem Smartphone surfen. Also auch das komplett falsch gemacht, ja, Zusatzmaterial ist 10 Gigabyte groß, das so zur Verfügung zu stellen, anstatt zu sagen, naja, dann warten wir mal lieber einen Tag ab, bis wir es gut aufgearbeitet haben. Das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, gleichzeitig auch noch das, diese Corona-Protokolle, wahrscheinlich ein sinnvolles Projekt, aber nichtsdestotrotz hier im Prinzip auf die Mitarbeit der sogenannten Schwarmintelligenz zu setzen und das hier auch noch irgendwie finanziell zu vergüten. Das sind ja gleich die nächsten Fragen, die hinten anstehen. Also alles ein Konvolut an Informationen, die heute also eben hier gekommen sind. Ich würde noch weigern, darüber nachdenken, also im TikTok. Und dann wird hier gefordert von den paar wenigen Journalisten, die da sind, man sollte das jetzt auch noch im TikTok-Format in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Die haben ja nicht wirklich die Manpower, das zu machen. Also es scheint ja auch nicht so, als wenn das jetzt eine riesengroße Resonanz in irgendeiner Form halt hervorgerufen hätte. Für den Moment kann ich auch nicht mal zurückspulen. Das geht wahrscheinlich dann erst wirklich, wenn die dieses Ding hier beendet haben. Aber das haben die auch noch nicht. Das heißt, wir können noch gar nicht zurückspulen. Also hier schon mal alles falsch gemacht. Pressekonferenz live. Sollte hier irgendwie eingebunden sein, aber X.com hat die Verbindung abgelehnt. Kein Wunder, es ist alles eine Nacht-und-Nebel-Aktion gewesen, mit der sie sich alle keine Freunde gemacht haben. Also man kann, niemand ist perfekt, schon gar nicht ich, aber bei der Gravitas dieser Sache, die man wirklich perfekt aufgearbeitet hätte, präsentieren müssen, weil man hat nur noch eine einzige Chance, um in irgendeiner Form ernst genommen zu werden, hätte man doch lieber sagen können, nicht etwa man kriegt den Leak um 4 Uhr morgens und macht dann um 10 Uhr morgens direkt die Pressekonferenz. Dafür ist das im Übrigen noch beachtlich, was die überhaupt dort technisch auf die Beine gestellt haben. Also nie im Leben glaube ich denen, dass die das nicht vorher wussten, dass die um 4 Uhr morgens also diesen Leak bekommen würden, weil so eine Pressekonferenz kannst du nicht innerhalb von 6 Stunden technisch, logistisch und so weiter eben so aufbauen, wie die das hinbekommen haben. Also nicht nur sind das alles in meinen Augen, was das angeht, vielleicht nicht unbedingt Lügner, aber irgendwas lassen sie dort aus. Sie haben also offensichtlich ja dem nicht damit gerechnet, wie wenig Journalisten, sei es von den Nachdenkseiten oder von irgendwo sonst sich dieses Themas auch überhaupt nur annehmen könnten, selbst wenn sie wölten, mit so kurzer Notiz. Mich hat im Prinzip eine E-Mail erreicht und dann auch noch einen Anruf erreicht und nur deshalb habe ich mir überhaupt gesagt, nachdem ich lange darüber nachgedacht habe, ob ich überhaupt dazu sage ich mal online gehen sollte oder nicht, O-Ton, 9 Uhr 16, 9 Uhr 16 kam die E-Mail, die gesagt hat, so pass mal auf, es gibt jetzt hier also diese Protokolle und du musst dich damit auseinandersetzen. Ich habe keine Ahnung, das muss ich ganz ehrlich sagen, wie die das also geschafft haben, so früh dann ihre Artikel schon fertig zu haben. Zwei Artikel zu dem Thema gibt es ja inzwischen von Ruth Schneeberger, 23.07.20 Uhr 24. Also vielleicht wird die Kommunikation in puncto dieser Pressekonferenz dann noch früher, was dann also um 6 Uhr morgens auf irgendwelchen anderen E-Mail-Kanälen auch passiert worden sein, aber ich bin halt eben nicht in allen Verteilern drin. Aber das gilt nicht nur für mich, das gilt auch eben für die anderen, zum Beispiel die Hauptstadtjournalisten, die vermutlich aus unverlässlichen Quellen, sogenannten Schwurbelquellen, Filter erstellen und dann erst recht halt eben nichts davon jemals mitbekommen. Das wird Lauterbach nicht gefallen, schreibt Ruth Schneeberger von der Berliner Zeitung, die wohlgemerkt, glaube ich, nicht mal dort gewesen ist an diesem Tag. Mal gucken, habt ihr diese Dame gesehen? Ich habe diese Dame nicht gesehen, im Raum dieser paar wenigen Journalisten, die dort waren. Aber in der Tat, es gibt also zwei Artikel und die sind aus irgendwelchen Gründen schon 9.07 Uhr eben rausgekommen und die haben wahrscheinlich auch schon, wir haben mindestens genauso die große Wirkung gehabt, wie auch diese Pressekonferenz jetzt eine große Wirkung gehabt hat. Was ja bisher bekannt war, in Behörden sitzen auch Menschen, wer hat es hochskaliert und so weiter und so fort. Also es ist alles verfügbar, liebe Freunde. Normalerweise würde ich sagen, holt euch das bei mir auf Telegram und warum auch nicht, wen es interessiert, könnt ihr es gerne auch bei mir runterladen. Ansonsten gibt es das aber auch eben auf den Seiten, die ich euch hier zur Verfügung gestellt habe beziehungsweise gezeigt habe. Also alle Einzelsitzungen nach 5 und 8 Jahren zusammengefasst, ihr müsst halt eben auf diesen blauen Punkt da klicken, aber da geht es ja schon los, die sind gesippt. Also O-Ton, Freunde, ich habe Kunden, die sich sagen, ja, ja, ich kenne mich technisch aus. Ihr wisst ja, ich bin ansonsten auch Werbefachmann. Die wissen nicht, was ein SIP ist, also eine gepackte Datei, die haben keine Programme, obwohl die alle kostenlos sind, um diese Sachen zu entpacken. Also ich weiß, das ist in Windows alles mit eingebaut dieser Tage und auch bei Apple gibt es da Möglichkeiten und die Leute sind wirklich teilweise zu blöd, um eine gepackte Datei zu öffnen. Na, wie dem auch sei, es gibt dann auch noch hier mehrere Mirror, da fängt es ja schon an, auf Deutsch von Mirror zu sprechen. Ja, so wunderbare Patrioten, die da irgendwie von Spreaden und Shatten gesprochen haben. Ah ja, Velasquez ganz in ihrem Element. Wie dem auch sei, das sind zusätzliche Quellen, auf denen man das alles eben runterladen kann. Also grundsätzlich braucht ihr das gar nicht alles bei mir zu suchen. Ohnehin muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, seien wir ehrlich, ihr verlasst euch ja eben darauf, dass Stefan Homburg und Arja Velasquez und alle anderen halt eben diese Sachen durchschauen und ihr werdet das weder euch angucken noch zu verstehen wissen. Ich bin einfach ganz ehrlich. Ja, also das ist sehr, sehr viel. Es ist, man muss es sehr genau analysieren und natürlich heißt es alles, was die heute hier gesagt haben. Ja, hier, die haben das sogar gelb geheilatet. Die stellen nach dem zweiten, sag ich mal, nach der zweiten Klage, als sie zum zweiten Mal eine etwas leichter entschmerzte Version ins Internet gestellt haben. Hat man das jetzt also gesagt und hat man diese Version jetzt zugespielt bekommen, würde ich mich ja auch fragen, ob man das nicht strategisch genau jetzt platziert hat, ja, in der Zeit, wo das niemandem auffallen wird. Warum? Weil Joe Biden im Sterben liegt. Ja, das ist die Sendung, die ich ja eigentlich mit euch machen wollte, liebe Freunde. Aber wie dem auch sei, ja, auch darauf ist Aya Velazquez mit ihrem Team und Stefan Homburg eben reingefallen, sodass das natürlich überhaupt keinen Nachhalt finden wird. Niemand wird davon Notiz nehmen und es ist ja auch vollkommen irrelevant, weil es ist ja nicht so, als wenn sie nicht wüssten, dass sie gelogen haben. Es ist ja nicht so, als wenn wir nicht wüssten, dass sie gelogen haben. Es ist ja nicht so, als wenn sie nicht wüssten, dass wir wissen, dass sie gelogen haben. Aber sie lügen halt eben weiter. Da war für mich nichts Neues dabei, was ich im Vorfeld nicht irgendwie schon gehört habe. Wer sich das alles nochmal angucken möchte, in seiner Zeit, die es bezüglich, ich will gar nicht sagen, verschwenden, aber verwenden möchte, kann das sehr gerne tun. Und hier Vanessa Becker auf YouTube schreibt gerade, irrelevant, ah ja, so nach dem Motto, hier steht noch das Biden tot. Das ist die nächste Sendung, die machen wir nachher, Freunde, weil wir wissen es ja nicht genau. Aber wie dem auch sei, ja, natürlich ist es irrelevant. Es wird keinen Nachhalt finden. Wir wussten alles, was da gesagt wird. Diese Pressekonferenz, schlecht gemacht von Akteuren, die zwar ein Stück weit vorbereitet waren, aber das überstürzt, im Prinzip an den Mann gebracht haben, war irrelevant, war eine Kraftanstrengung, hat Geld, Zeit, Ressourcen gekostet und wird nichts gebracht haben. Im Gegenteil, ich glaube, man hat sich an der Nase vom Gegner herumführen lassen. Dieser Leak, die Uhrzeit, wann das gekommen ist, ist strategisch geplant gewesen. Dass das im Sommerloch kommt, ist strategisch geplant gewesen. Dass das passiert in einer Zeit, in der alle Leute nur Informationen aus den USA haben wollen, oder was weiß ich, wann die Olympischen Spiele beginnen. Das ist alles strategisch genauso platziert gewesen vom politischen Gegner, der so tut, als wenn er jetzt halt eben nicht mal mehr transparent sein muss, weil jetzt haben wir ja praktischerweise diesen Whistleblower. Ich glaube, da kein Wort, nichts davon stimmt. Hinterfragt alles. In der Regel sind 99 Prozent der offiziellen Erklärungen vollkommener Schwachsinn. So wie in Anführungszeichen fast alles, liebe Freunde, was Aya Velasquez in ihrer journalistischen Karriere publiziert hat. Ja, sie hat das Reichstagstürmchen sehr gut aufgearbeitet. Das ist eine Dokumentation, an der sie anderthalb Jahre gearbeitet hat. Und die hat wirklich tatsächlich für einen kurzen Moment ein großes Hurra erlebt. Aber auch da ist ja nichts in irgendeiner Form halt zu Tage gefördert haben, wovon, Borden, Entschuldigung, wovon A, die breite Öffentlichkeit Notiz genommen hat oder B, die kleine Öffentlichkeit, also wir, was wir nicht schon alle wussten. Dass der Reichstagsturm komplett inszeniert gewesen ist, wussten alle, die dort auf der Straße gewesen sind, alle, die im Widerstand sind und alle anderen, die es nicht wussten, die haben es durch Aya Velasquez nicht rausgefunden. Und das war, liebe Freunde, vor zwei Jahren. Seither versucht sie regelmäßig immer wieder ihr Schmuddel-Image abzuwerfen. Dass sie früher mal Escort-Girl war, wird in jedem Beitrag erwähnt, auch von mir. Ja, auch ich kann es nicht lassen. Damit hat sie sich halt eben nun mal keinen Gefallen getan. Und wie dem auch sei, sie ist einfach eine unglaublich unfreundliche und meiner Meinung nach unsympathische Persönlichkeit. Sie sitzt dann dort in dieser Pressekonferenz, alles an ihrem gesamten körperlichen Ausstrahlen wirkt so wie nach dem Motto, findet mich geil, ich bin so super, super toll, ich habe das jetzt hier irgendwie auf die Beine gestellt und ich bin die starke Frau und ich bin die starke Frau und emanzipiert und ich mache Escort und wehe, du wachst es das zu erwähnen, da bist du ein Sexist und sonst was und wundert sich dann, warum sie keiner wirklich halt toll findet. Viele Leute, außer Stefan Homburg und natürlich Bastian Barocker, die einzigen zwei, die offensichtlich geblieben sind in der sogenannten Szene, haben versucht, zu ihr Kontakt aufzubauen, haben versucht, mehrfach hier in irgendeiner Form an Olivenzweig hinzureichen und zu sagen, pass mal auf, du hast deine Fehler, ich habe meine Fehler, aber lass uns doch mal irgendwie Common Ground finden, irgendwie einen Kompromiss finden, dass wir miteinander arbeiten können. Nee, wollte sie nicht, ich war ein Schwurbler, der war ein Schwurbler, alle waren Schwurbler, jeder hat ein Ego-Problem angeblich, außer ihr. Ich kann diese Frau weder ernst nehmen noch in irgendeiner Form jemals nett finden. Naja, was heißt jemals? Vielleicht, wenn ich sie mal kennenlernen würde, aber dazu müsste sie ja mal über ihren eigenen Schatten springen. Ich will das jetzt gar nicht persönlich machen, aber ich sage es mal so, der Fakt, dass dort gerade, sage ich mal, sehr freundliche Vertreter unserer Szene sitzen, mit denen man schon ohnehin von Anfang an sehr wenig zu tun haben möchte, der hilft nicht unbedingt gerade der Verbreitung von so einem wichtigen Fall. Stefan Homburg, liebe Freunde, perfektes Beispiel, ein Beamter mit einem Stock im Arsch, liebe Freunde, der geht ja vom Stock bis raus über den Kopf und dann hoch in die Atmosphäre. Der Mann ist ja sowas von unfassbar langweilig, gerade bei seinen Videos, die er da macht, bei denen er sich ganz, ganz viel erwartet, dass es mich nicht wundert, dass noch nie von irgendetwas, was Stefan Homburg gemacht hat, der Funke übergesprungen ist. Ja, er ist eine heilige Kuh, auch hier werde ich wahrscheinlich gelünscht werden und 100 Leute werden deabonnieren, weil ich das jetzt gesagt habe. Aber sei es beim Corona-Symposium, wo ihr übrigens auch nur Einblick hattet, weil ihr in meinen Stream geguckt habt, Klammer auf, also so viel zum Thema Dankbarkeit, Ausrufezeichen, Klammer zu, also weil ich ja damals live war, bevor die das dann Tage später irgendwann veröffentlicht haben, wie dem auch sei. Ob das jetzt beim Corona-Symposium gewesen ist oder bei seinem Twitter, wo er sich jetzt irgendwie groß was drauf einbildet, dass er jetzt in seinen alten Jahren gelernt hat, wie Social Media funktioniert, ja, das hat nichts gebracht. Wir wussten all das und ja, die Leute, die das wussten, die folgen ihm. Aber alle anderen folgen ihm halt nicht. Sprechen immer noch von Stefan Humbug und so weiter und so fort. Und natürlich hat er mit allem Recht. Genauso natürlich hat er Aya Velazquez mit allem Recht und vermutlich auch der Mann, der zu 80 Prozent aus Haaren besteht, Bastian Barocker. Der Fehler war nie, dass wir nicht recht hatten. Der Fehler war, dass die anderen uns nicht geglaubt haben, weil die anderen lügen wollten. Weil die anderen wussten, dass sie lügen. Weil sie wussten, dass wir wissen, dass sie lügen. Und weil sie trotzdem weitergelogen haben. Hier schreibt jemand, also alles für die Katz. Rudolf Kameran, ja, das war für die Katz. Diese komplette Aktion hättest du dir sparen können. Wer, bitteschön, wird sich das jetzt in irgendeiner Form durchlesen? Ihr werdet das ja nicht mal machen. Seid doch mal ehrlich. Das sind vier riesengroße Dokumente, von denen jetzt gesagt worden ist, wie aufwendig man die eben aufzuarbeiten, jetzt habe ich mich in meinem eigenen Satz verzettelt, wie auffällig man die aufarbeiten wird, müssen. So rum. Wer von euch wird denn allein, sage ich mal, die Geduld aufbringen? Ich habe ja jetzt schon keinen Bock mehr, hier zu suchen, welche Stelle genau jetzt also entschwerzt worden ist. Hier, dass hier in diesem Fall Link entschwerzt worden ist, ja, das bringt es jetzt unbedingt. Ein Link, der im Übrigen dort nicht klickbar ist an dieser Stelle, also sehr sinnvoll. Stellungnahme zu proteinbasierten Impfstoff, Vitprevitin, da müsste man ja jetzt schon in die Analyse gehen und gucken, okay, was war also ein, was ist ein proteinbasierter Impfstoff, ja, was ist Vitprevitin, ja, was ist die Impfempfehlung für Schwangere, Update-Impfen und so weiter und so fort. Das muss man vergleichen, das muss man in den Kontext setzen, das muss man analysieren. Das wird keiner machen. Super Gardron 5000 sagt doch, er schon, ja, dann gut, super, toll, mach's doch. Aber das ist die Ausnahme von der Regel. Die meisten Journalisten, seien es Hauptstadtjournalisten oder irgendwelche anderen werden es halt eben nicht machen, ja, und den gewöhnlichen Pöbel, in Anführungszeichen, wirst du auch damit nicht hinterm Ofen hervorlocken. Alle anderen, die sind jetzt gerade im Urlaub, alle anderen, die freuen sich jetzt auf die Olympischen Spiele, ja, der kritische Wache-Geist, ja, der äh, Töpöte, hast du nicht gehört, möchte gerne ja Brillenhipster aus Deutschland, der meint, er hat die Politik verstanden, der sitzt jetzt bei Starbucks oder in irgendeinem anderen Kaffeehaus in Wien, ja, und mit seiner komischen Rollmütze, ja, wie alle Linken und ihre runden Brillen, was die da alle tragen, ja, und freut sich, dass er jetzt eben bei Amerika ganz kritisch drauf guckt, doch, ich wusste schon immer, dass Kamala Halles, ja, dass man die halt im Prinzip kritisch betrachten müsste. Damit sind die gerade zugedeckt, das war's, mehr haben die nicht an Kapazitäten, insbesondere nicht für irgendwelche Themen, die halt so unsexy sind, wie RKI-Leak-Protokolle in irgendeiner Form durchzuschauen. Das war komplett für den Arsch, komplett für den Arsch, das wird nichts bringen, das wird die Nadel nicht einen Millimeter bewegen. Ja, wir haben es jetzt schwarz auf weiß, die Punkte, über die das RKI gelogen hat, aber die haben ja selber in ihrer eigenen Konferenz gesagt, das RKI war nicht maßgeblich, sondern je nachdem, wie man es gebraucht hat, hat man entweder RKI, entweder PAI, also Paul-Ehrlich-Institut, der Regierung, dem Ministerpräsidenten oder einfach nur der Kanzlerin Merkel, ja, zugeschoben, wer dann jetzt in irgendeiner Form verantwortlich sein sollte, für was auch immer, für eine eben beliebte oder unbeliebte politische Entscheidung. Auf der ETA-Ebene ist genau das eben passiert, eine vollkommene, totale Willkür. Und jetzt haben wir ein Dokument oder vier Dokumente, die protokollieren, diese Willkür, die da eben offensichtlich über Jahre stattgefunden hat. Dass das alles gefährlich ist, wussten wir schon aus anderen Streams, ja, die Nebenwirkungen, liebe Freunde, in puncto, was das alles im Prinzip halt ausgelöst hat und so weiter und so fort, die habe ich auch schon selbst protokolliert, ja, in Anführungszeichen halt auf meine eigene Art und Weise und zwar mit Tom Lausen, ja, da könnt ihr sehr gerne eben auf meinem Kanal schauen, ja, hier haben wir gerade den, Moment, muss da gerade noch hingehen, hier haben wir also diesen RKI-League, ja, und wenn ihr also zurückgeht, dann die Sendung, die am ehesten die ganze Sache hätte im Prinzip ja, sag ich mal, loslösen müssen, dass die Leute sich jetzt am Kopf greifen, dass da irgendetwas passiert, ja, ist meine letzte Sendung mit Tom Lausen gewesen. Das ist eine Aussage von dem Untersuchungsausschuss Rheinland-Pfalz, die hier und einer, die wir davor gemacht haben, ich weiß gar nicht mehr, in welcher, aber in einer dieser beiden haben wir das aufgearbeitet, wahrscheinlich die hier Impfpflicht gekippt, ja, ist jetzt nur auch schon inzwischen einen Monat her und seither im Prinzip keine riesengroße Veränderung in dem gesamten Narrativ, aber in einer dieser Sendungen, vermutlich ist es sogar die jüngere, liebe Freunde, habe ich mit Tom minutiös auseinandergenommen, die inzwischen, also vorliegenden Protokolle, der Impfnebenwirkungen, die sogar diesen ganzen Behörden vorgelegen haben, wo Leute irgendwie Hirntumore bekommen haben, Schlaganfälle bekommen haben und so weiter und so fort, Herzmuskelentzündungen noch und nöcher, Schwangere ihre Kinder verloren haben und so weiter und so fort. Das alles ist dokumentiert, das alles haben diese Behörden längst schwarz auf weiß und das hatten die auch schon damals und das hatte nicht nur das RKI, das hatte auch das PEI, das hatten die alle und selektiv das, wovon sie wollten, dass die Politik das weiß, haben sie dann entsprechend an die Politik weitergereicht. Dafür hat man ja eine Behörde, damit man sich halt reinwaschen kann, damit man halt eben sagen kann, hey, nach mir die Sinnflut, ich hatte nichts damit zu tun, ich bin einfach nur ein gewählter Volksvertreter und wollte ja nur für Sicherheit sorgen. Aber um vier Uhr morgens vom politischen Gegner so ein Dokument mit so einer Gravitas zugespielt zu bekommen und so blöde zu sein, heike Langlegenheit, heikle Angelegenheit, so rum, guten Morgen, ihr merkt, ich habe meinen Kaffee noch nicht gehabt. Mit dem auch sei Dankeschön, dass du auf dem Kanal bist. Vom politischen Gegner um vier Uhr morgens so ein Leak zu bekommen und um zehn Uhr morgens eine Pressekonferenz einzuprofen, ist einfach nur dumm, ist einfach nur dumm, ist einfach nur dumm. Bastian Barocker ist einfach nur dumm, Stefan Homburg ist einfach nur dumm, Aya Velazquez ist einfach nur dumm. So, jetzt habe ich es gesagt, es ist dumm, sich so an der Nase herumführen zu lassen, so naiv zu sein, zu glauben, erstens, dieser Leak, ungeprüft im Übrigen, haben die ja alles übernommen, die haben keine Ahnung, ob das echt ist oder ob da in irgendeiner Form irgendetwas vielleicht hinzugedichtet worden ist. Dann haben sie sich an der Nase herumführen lassen, dass sie gesagt haben, okay, die müssen jetzt die ganze Fülle von allen diesen Sachen jetzt im Prinzip direkt auf den Weg bringen. Das hätte man ja nicht machen müssen. Wartet bitte eine Sekunde, ich muss ganz kurz eine Sache machen zu irgendeinem Thema, zu dem Stefan Homburg aufrufen, Bastian Barocker oder Aya Velazquez. Habe ich es übrigens schon erwähnt, ich finde die alle drei dumm, jeden einzelnen davon. Eingebildete, ich will jetzt gar nicht irgendwelche beleidigenden Wörter verwenden, aber immer wieder, immer wieder haben so viele Leute versucht, auf die zuzugehen. Alle diese drei haben versucht zu sagen, hier, pass mal auf, trotz all eurer Fehler, trotz all unserer Fehler, wir versuchen mal in irgendeiner Form miteinander ins Gespräch zu kommen und die waren immer super duper selektiv. Ah, nee, mit dir nicht, dich mag ich nicht, ich will das überhaupt nicht begründen, du bist mir, oder der andere sagt, du bist mir zu unseriös, du hättest irgendwie ein Ego-Problem oder was auch immer und dann mit dieser Nase ganz hoch, ja, von wegen, Prinzip da so rumgegangen und haben im Übrigen auch nur in ihrer immer kleiner werdenden Clique dann irgendwann irgendwelche Sachen gemacht. Ja, so und was hat es gebracht? Gar nichts hat es gebracht und insbesondere haben sie halt nie auf die Meta-Ebene geschaut. Wie kommt das, dass so etwas kommt? Wie kommt das, dass so etwas zugespielt wird? Wer hat das in irgendeiner Form überhaupt möglich gemacht? Sollen wir damit abgelenkt werden? Sollen wir damit jetzt wieder im Kreise herumgedreht werden? Sollen wir endgültig vielleicht auch unsere restliche Reputation verspielen im Sinne von, was auch immer übrig bleibt von der Reputation von Bastian Baruka, Aya Velazquez und Stefan Homburg, in dem sie sich jetzt mal wieder lächerlich gemacht haben mit einer Dokumentation, mit einer Pressekonferenz, die nichts bringt, die sie im Nachhinein wahrscheinlich selber bereuen werden, weil sie sehen werden, das war jetzt zu hastig. Das war jetzt im Prinzip zu schnell irgendwie in die Luft geschossen. Und natürlich war es das. Wer kriegt einen Leak, bitteschön, um 4 Uhr morgens und macht um 10 Uhr morgens in einem klitzekleinen Raum in hast du nicht gehört, wo überhaupt? Ja, eine Pressekonferenz in einem stickigen Raum mitten im Hochsommer, der Platz hat für vielleicht gerade mal 20 Journalisten, von denen dann was? 10, 12 kommen? Dann sind also 8 Stühle leer und man wundert sich, dass im Prinzip die ganzen Hauptstadtjournalisten, was ja sowieso erwartbar war, dann entsprechend halt nicht sagen, sie lassen alles stehen und leag und kommen dahin. Für mich war es auch Aufwand, diese Pressekonferenz zu streamen, in irgendeiner Form halt hier über das eine oder andere mit euch eben zusammen zu sprechen, diese Sendung jetzt zu machen, wobei ich eigentlich euch erklären wollte, warum Gerüchte im Umlauf sind, dass Joe Biden tot ist. Ja, aber nein, irgendeine panische, hysterische Stimme ruft mich an aus dem Kopf und sagt, Eli, hast du gehört, die AKI sind jetzt geleakt oder die AKI-Protokale sind geleakt? Ja, für einen Arsch, vollkommen für einen Arsch, interessiert niemanden. Wir haben uns nicht etwa nicht nur keinen Gefallen getan, wir haben der Sache einen Abbruch getan, in dem wir, wie gesagt, was auch immer wir an Restreputationen hatten, jetzt mit dieser hastigen Pressekonferenz verspielt haben. Hätte man das nicht eine Woche liegen lassen können, hätte man das nicht einen Monat liegen lassen können, bis nach den Olympischen Spielen, bis die Leute mental in irgendeiner Form bereit sind, so etwas aufzunehmen? Ja, hätte man das nicht hinterfragen, hätte man das nicht einfach durchblicken können? Da muss man kein 4D-Schach dazu spielen, wie jemand im Chat hier geschrieben hat, um das zu begreifen. Aber nein, sie wollten sich mal wieder sonnen im Ruhm. Ja, Stefan Homburg, so ein eingebildeter Schnösel, ich habe selten so jemand Eingebildeten gesehen wie diesen Typen. Ja, ein Beamter, der normalerweise eigentlich im Hintergrund, ja, mit der Tapete verschmelzen sollte. Ja, grau bis zum geht nicht mehr. Ja, null charakterliche irgendwelche Eigenschaften, die den in irgendeiner Form sexy oder interessant machen. Habt ihr mal mit dem gesprochen? Man schläft ja ein beim guten Tag sagen. Ja, aber er hat sich jetzt seine Mission in irgendeiner Form halt raus erkoren. Ja, er wird jetzt die Corona-Aufklärung nach vorne treiben, weil er jetzt auf seine alten Jahre in seinem Ruhestand jetzt lernen möchte, wie Twitter funktioniert. Na wunderbar, schön, dass du twitterst. Gebracht hat es gar nichts. Und ich habe auch null Respekt vor jemandem, der auf dieser Art und Weise auf der Meta-Ebene nicht mitdeckt und eben nur ein Stock im Arsch seit Jahren mit sich rumträgt und übrigens nicht die kalte Schulter erweist, weil wir dem irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht seriös genug sein oder was auch immer. Na ja, dann toll, dann gib dich doch mit Bastian Barock ab. Gib dich doch ab mit deinem Ex-Escort-Girl. Guck dir doch an, was daraus wird und frag dich dann, warum mal wieder deine ganzen Hoffnungen, im Übrigen auch deine eigenen, weil er will ja nichts anderes als Klicks, 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 Klicks. Er will ja endlich eingeladen werden in die Talkshows zu Lanz. Er will ja endlich als der große Corona-Erlöser dastehen, warum das alles eben ausbleibt. Hörner Arsch, du hast nichts verstanden. Du bist einfach Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kennt schon das Wort. Es reimt sich auf Schmiediot. Nichts, nichts verstanden, gar nichts. Stock im Arsch, vom Südpol bis zum Nordpol. Gar nichts. Ich habe auch keinen Respekt vor solchen Leuten. Könnt ihr mir kommen mit sonst was, könnt ihr deabonnieren, könnt ihr machen, was ihr wollt. Nie irgendetwas Produktives beigetragen zur Lösung dieser Sache. Oh, aber ich habe doch 300.000 Abonnenten auf Twitter und ich habe das doch alles aufgearbeitet. Na, ist doch wunderbar. Und, was hat es gebracht? Nichts hat es gebracht. Du musst dich an den politischen Gegner eben anders annähern. Vielleicht musst du das System von innen heraus dann versuchen zu bearbeiten. Schön, dass du mediale Arbeit leistest, aber wenn du mediale Arbeit leistest, dann solltest du vielleicht auch mal auf andere Medienmacher zugehen, anstatt zu sagen, nein, nein, ich lasse mich nur in meinem Anzug aus den was 80er Jahren. Guckt euch die Dinger doch mal an. Wisst ihr, was der verdient hat als Beamter? Der hat ja nicht mal Modegeschmack. Da fehlt ja nur noch, dass er ein Karo-Muster hat. Anzüge von vor 20 Jahren irgendwie von der Stange gekauft, billig von, ich weiß gar nicht, C&A oder was. Ja, so läuft er rum. Er ist halt eben einfach ein Beamter. Der ist nicht sexy, der ist nicht spannend, der ist nicht interessant und er ist nicht nett und er ist eingebildet und er hat nichts Neues beizutragen gehabt und er hat das auf Twitter publiziert, Sachen, die wir ohnehin alle die ganze Zeit wussten. Das wussten wir alle. Alle wussten, dass wir das wussten. Sie, der Gegner weiß, dass wir das wussten. Er weiß, dass das alle wissen, aber er glaubt, weil er es jetzt runtergeschrieben hat auf Twitter, ja, das müsste jetzt irgendetwas ändern. Nein, das ändert nichts. Twitter allein ändert nichts. Reichweite allein ändert nichts. Vernetzung, ja, Änderung, sag ich mal, der Meta-Ebene, dass wir eben in ein anderes Denken kommen, dass wir überhaupt ins Denken kommen, dass wir eben miteinander ins Gespräch kommen, dass wir sagen, die Masse von uns ist größer als die Masse von denen da draußen, ja, dass unsere anders denkende Masse im Begriff ist, das alles jetzt hier in irgendeiner Form empor zu heben. Das ist unsere Kraft, das ist unsere Stärke, dass bei der nächsten Plandemie, die da nicht mehr kommen können mit Vogelgrippe oder sonst was, sondern dass wir sagen, pff, kommen wir doch nicht mit dem Scheiß, Junge. Das haben wir schon alles durchgehabt, das kannst du mir kein zweites Mal erzählen. Aber das würde der nicht machen, weil dazu müsste er ja auf Tuchfühlung gehen. Dazu müsste er seinen Stock aus dem Arsch ziehen, er müsste seinen Sakko ausziehen, müsste er endlich mal wieder Mensch werden, bevor er sich dann wieder hinter seinem komischen Titel versteckt. Ja, Professor, Doktor, Doktor, hast du nicht gehört, Homburg, Honoris Causa und viel und weißt du alles nicht. Ist er nicht mal. Einfach nur ein ganz normaler Beamter, einer der wenigen, ja, zu seiner Ehrenrettung, muss man das sagen, der das Licht gesehen hat, der die Reihe an Lügen gewagt hat anzusprechen, was jedem im Prinzip hätte auffallen müssen. Und ich soll das jetzt respektieren, dass der das getan hat, was ich geschafft habe, der ich weder Doktor bin noch zu Ende studiert habe, ja, der ich nur eine Ausbildung gemacht habe und selbstständig bin und seit 16 Jahren im Prinzip mein eigenes Geld verdiene. Ja, wenn ich Blödi an das konnte und Tante Erna das auch konnte, dann soll ich jetzt irgendeinen Respekt davor haben, dass Sie, Doktor, Doktor, Honoris Causa, Stefan Homburg, dass Sie das durchschaut haben. Ja, ich hatte auch etwas zu verlieren, mein Name ist genauso wie Ihre durch den Dreck gezogen worden, ja, und ich versuche weiterhin den Kampf zu kämpfen jeden einzelnen Tag und nicht einfach nur, wenn es mir gerade mal Spaß macht, aller vier Monate, mal irgendwie nicht mal aller vier Monate. Das Corona-Symposium war im November letzten Jahres, das war der letzte große Auftritt von Stefan Homburg, als ihr ihn alle gefeiert habt, weil, oh, genauso wie Bhakti, das ist ja unser Heiliger, so, und dann kommt er wieder nach November letzten Jahres, kommt er jetzt wieder, im, was haben wir jetzt schon, fast August, wie viele Monate liegen dazwischen? Acht Monate, acht Monate, in denen er fast nichts gemacht hat, ein bisschen rumgetwittert hat im Hintergrund und gedacht hat, ja, ja, das wird jetzt groß was ändern, jetzt macht er einen Aufschlag, mit wem? Mit Aya Velasquez, weil sie sonst niemanden mehr anzurufen hatte, weil sie alle Brücken verbrannt hat, zu allen? Von wem hat sie sich zuletzt interviewen lassen? Bastian Barocker, Riesenzufall, Zufälle gibt's, ja, ansonsten war sie bei hier Aschda, ein Typ, der dauerbekifft ist, Bart hat, das hast du nicht gehört, okay, gut, hatte ich auch, aber der sah auch wirklich verwahrlost aus, ja, hier, auf seinem Kanal, DC, aber ich meine jetzt nicht den digitalen Chronisten, sondern was weiß ich, dauerchronisch zugekifft, oder wo auch immer das stehen muss, ja, zudem ist sie damals hingegangen, als sie ihre große Sternstunde, Aya Velasquez, ja, macht in Eigenregie, wahrscheinlich auch aus eigenem Budget, diesen riesengroßen Film, da zum Thema hier, Reichstagsstürmchen, was wir ohnehin alle gewusst haben, ja, und dann macht sie große Promotour, indem sie genau ein Videointerview gibt, mit jemandem in der Szene, und das ist dieser komische Aschda, ADC, ja, ich weiß nicht mal, ob der nüchtern war, vorher, nachher, oder währenddessen, aber da ist sie dann hingegangen, und wundert sich dann, warum sie nicht ernst genommen wird, als große Journalistin, naja, und Bastian Barokan, ja, das ist halt der andere, der, sag ich mal, so leicht esoterisch angehaucht, aber ich bin doch so ein sympathischer, junger Mann, und man liebt mich doch, und ich liebe die Kinder, und wir sollten uns alle lieben, und an der Hand nehmen, und Kumbaya, und Hass, wo ist denn die Wut, wo ist denn der Ärger, wo sind denn die Leute, die mal den Stock aus dem Arsch gezogen haben, und gesagt haben, ey, lasst mich in Ruhe mit diesem Wahnsinn, wie konntet ihr es wagen, uns so alle anzulügen, das ist jetzt da, bei dieser Pressekonferenz, und null Emotion, gar nichts, von niemandem, ja, und, also ich fand hier da, und ich hab mir das durchgelesen, und überhaupt, und ich finde hier, und ich lade sie dazu ein, ja, hier noch daran mitzuarbeiten, und ich bin mir sicher, das würden wir hier Augenmerk, und hast du dich gehört, und Hauptstadt, meine Meinung ist, Stefan Homburg ist dumm, Aya Velazquez ist dumm, und Bastian Barocker ist dumm, ja, nur jemand Dummes, hätte so eine Aktion jetzt gestartet, gesagt.